Hier, der Zubtrat hat sich gerettet. Super! So, das sind die Störweiber. Die gehen aus und hochgezogen sind auch so. Frauen, die früher über die Höfe gezogen sind. Ich habe gestern Nachtumzug in Ochserhausen und habe ein bisschen zufrieden erwischt. Das Knie ist hin, aber das sind sie gut. Alles gut, so. Hey! 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 Also, zwei Vorfinger, gleichzeitig die Pyramide und der Hexenlift hinter. Klasse! Dankeschön noch, Möbbinger! Dankeschön noch! Dumpenst du ein bisschen mit! Bis zum nächsten Mal.